Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir mal darüber, warum gerade in so anstrengenden Zeiten wie jetzt, Spiritualität einen großen Trost bringen kann. Die Welt und die Menschen darin scheinen ja immer verrückter zu spielen. Wenn wir uns die Nachrichten angucken oder es besser sein lassen, merken wir trotzdem, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist, noch mehr als es eh schon war. Und das kann einen auch ganz schön irgendwann mal die Laune verderben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Man kann es kaum noch ertragen. Immer wenn man die Kiste anstellt, sieht man schlechte Nachrichten. Hier passiert dies und da passiert jenes und selten hört man noch irgendetwas Gutes durchdringen. Und das kann ganz schön an die Nerven gehen und dann hat man noch vielleicht in der Familie Stress und vielleicht sieht noch einige Leute an Corona erkrankt. Die liegen da röchend rum und die Nerven liegen irgendwann blank. Und dann fragt man sich vielleicht, wo kann ich noch Kraft herbekommen? Denn oft fühlen wir uns dann schon total erschöpft und matt und können überhaupt nicht mehr. Doch zum Glück gibt es den Weg der Spiritualität, den ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann. Denn das ist auch in Wahrheit nur das Einzige, was überhaupt dauerhaft hilft, um innere Stabilität und um Trost zu bekommen. Es ist ganz einfach. Wenn du dich an die Verrücktheiten der Welt wendest und in den vergänglichen Verrücktheiten der Welt Halt suchst, bist du natürlich verloren. Das muss dir vollkommen klar sein. Menschen verändern sich ständig, deren inneren Haltungen verändern sich ständig, oft opportunistisch wie ein Fähnchen im Wind. Dann macht man das zu seinem Vorteil oder jenes zum Vorteil. Hauptsache der andere hat einen Nachteil. Das ist natürlich nicht immer so. Es gibt natürlich auch sehr liebevolle Wesen hier, die gerne geben und da nichts von haben wollen oder irgendwie keinen Gewinn rausschlagen wollen. Aber im Grunde weißt du, was ich meine. Sich an den Vergänglichkeiten dieser Welt festhalten zu wollen, klammern zu wollen, ist ein riesiger Fehler. Und vielleicht höre ich dich sagen, ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja nichts anderes. Es gibt ja nur das. Und das ist der Riesenirrtum. Es gibt natürlich noch viel mehr als das, was du jetzt hier nur wahrnehmen kannst. Es gibt nämlich dein inneres Leben, dein inneres Sein, das viel stabiler ist als alles, was du ins Außen projizierst und dort siehst. Es ist tatsächlich so, dass du dir das Leben, das weltliche Leben, was du wahrnimmst, so vorstellen kannst wie ein Spiegel. Du bist der Projektor und alles, was in dir im Unrein ist, der Unrat, den es dann noch gibt oder irgendwelche Unstimmigkeiten, Konflikte werden nach außen gespiegelt und dort gesehen und dann auch angegriffen. Also wenn du mit dir im Unfrieden bist, kann im Außen niemals Frieden herrschen. Das kann nicht funktionieren. Es ist nichts unabhängig von dir, weil alles in deinem Gewahrseinsfeld auftaucht. Das ist auch wichtig zu verstehen und zu hören, denn oft glauben wir, das hat ja mit mir nichts zu tun, das ist ja weit weg. Beispielsweise der Krieg in der Ukraine oder sonstige Katastrophen irgendwo, was habe ich damit zu tun? Aber du erfährst es ja und du bewertest es in einer bestimmten Weise. Es wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, wenn der Dirk hier nicht zu einem Ukraine-Konflikt mitbekommen hätte. Das wäre auch gelogen und das tue ich nicht. Ich habe ja sogar ein Video über den Ukraine-Krieg gedreht. Also mir ist schon sehr wohl klar, dass es das gibt, aber mir ist auch noch klarer, wieso das überhaupt geschieht. Das kollektive Ego und das individuelle Ego ist verrückter geworden denn je und macht solche komischen Dinge. Aber die Sache ist, die Frage ist, wie geht man damit persönlich um? Findet man den inneren Frieden in sich und betrachtet die ganzen Dinge mit einer gewissen Gelassenheit oder gerät man dadurch vollkommen auch in Aufruhr, vielleicht noch mehr als du sowieso schon bist und steuerst noch zu der negativen Energie, die da scheinbar draußen getrennt von dir rumschwirrt, noch mehr negative Energie bei. Minus plus Minus gibt noch mehr Minus. Ich sagte es schon mehrere Male. Und es ist immer noch die Wahrheit, dass du der Projektor bist. Du bist ein erschaffendes Wesen. Du hast einen göttlichen Anteil, der ist riesengroß, der füllt dich komplett aus, aber ein Teil davon, nur ein kleiner Teil ist davon verdeckt und deswegen hältst du dich für ein von allem getrenntes Ich mit den Sorgen und Nöten. Also wo liegt denn der Trost hier in der ganzen Sache? Bis jetzt habe ich noch nichts Tröstliches gesagt. Aber das kommt noch. Der Trost ist, dass du relativ leicht, wie ich finde, erkennen kannst, dass du nicht nur das Ich bist, was dort handelt und plaudert. Und das geht ganz leicht. Da wende ich mich doch wieder einmal an die Weisheit der deutschen Sprache oder auch der Sprache im Allgemeinen. Wenn du dich ganz normal salopp im Freundeskreis unterhältst, in deinem Kollegenkreis, dann sagst du vielleicht manchmal, vielleicht nicht ganz ohne Stolz, ich habe einen guten Verstand oder ich habe diese und jene Gedanken zu diesem Thema oder ich habe auch Gefühle, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle, vielleicht nachdem du dich gestritten hast mit wem. Und du hast auch einen Körper. Und diese Ausdrucksweise, diese Sprache, ich habe einen Körper, die ist mehr als weise, denn es stimmt natürlich. Also, wenn du sagen kannst, zu Recht, ich habe Gefühle, ich habe einen Verstand, ich habe einen Körper, ich habe Gedanken. Wenn du das alles hast, wer bist du denn dann? Wer spricht da? Wer ist das Ich, was das alles hat? Du bist der Besitzer, die Besitzerin. Lassen wir das Geschlecht mal weg, weil es keine Geschlechter gibt in Wahrheit. Das sind nur hier Körperformen, die zerfallen. Denn das, was du bist, ist etwas ganz anderes und da kann man kein Geschlecht draufkleben. Also, du hast irgendwas, du hast dies und du hast jenes. Dann, wenn du etwas hast, jetzt aber nur mit einem Es, wenn du es besitzt, kannst du nicht das sein, was du da besitzt und was du da beobachten kannst. Du kannst nur etwas anderes sein. Also, wer ist das Ich? Und das ist das reine Sein. Das ist deine wahre Natur. Wenn du das verstehst, was ich gerade gesagt habe, beginnt sofort die Desidentifikation mit dem Ich-Apparat. Denn du sagst es ja immer selbst. Ich habe dies, ich habe das, was dich selbst betrifft. Ich habe Mut. Ich habe Angst. Ich habe Zweifel. Ja, du hast die Zweifel, du hast den Mut vielleicht, du hast die Angst, aber du bist sie nicht. Du bist dasjenige, was diese Sachen zurzeit besitzt. Das ist aber nicht deine Wesensnatur. Ich hoffe, das ist verstanden. Du musst etwas anderes sein. Du hast was, aber du bist etwas vollkommen anderes. Der Besitzer. Und du kannst die Sachen, die du da zu besitzen glaubst, die Gedanken, die Gefühle und deinen Verstand und sonst was abgeben. Oder du brauchst es nicht mehr so zu betrachten. Das ist genauso, wenn du sagst, ich habe einen roten Ferrari in der Garage stehen. Du bist ja nicht der rote Ferrari. Du kannst ihn abgeben oder du lässt ihn dir einfach klauen. Und da steckt dann auch der Trost in der ganzen Sache drin. Vielleicht hast du noch keine Selbsterkenntnis erfahren dürfen. Das ist dir auch Glück und Gnade. Aber du kannst diese Worte hier schon mal zumindest hören. und ich kann dir versichern, dass sie wahr sind. Du bist das eine unzerstörbare Sein, das sich natürlich auch als viele Formen hier manifestiert. Aber du bist selbst unzerstörbar. Du bist unsterblich. Die Formen, die du hier kreierst, alles was dazu gehört, Gedanken, Gefühle, Meinungen, Ängste, Ängste über Kriege, Ängste über Krisensituationen, Konflikte, die gehen alle wieder. Du hast sie selbst erschaffen, um dich selbst auch als diesen ganzen merkwürdigen Kram zu erfahren. Du bist ein Energiewesen. Und in Wahrheit bist du nicht mal ein getrenntes Energiewesen. Du bist das eine energetische Sein. Hier in einer Form. Und das ist der Trost. Und das kannst du nicht widerlegen. Also gehe dem nochmal gedanklich von mir aus nach oder kontemplativ, meditativ und denke nochmal im Inneren. Ich habe dies, ich habe das. Wer ist ich? Wer spricht da? Das ist das wahre Du, was unsterblich sein muss. Es gibt noch einen Satz, den man dann fälschlicherweise benutzt und dann sagt man, ich habe nur dieses Leben, aber wie könntest du ein Leben haben und wenn das Leben wegfallen würde, dann wäre von dem Ich ja auch nichts mehr übrig. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ein absoluter Widerspruch, der sich auch nicht auflösen lässt. Du hast natürlich kein Leben, denn wer ist denn auf der anderen Seite das Ich ohne Leben? Leben, du bist das Leben und das ist der Beweis. Du bist das Leben, das viele Dinge hat. Und dann fallen die alle weg und du bist immer noch das eine Leben und Leben lebt und Leben ist nicht der Tod. Leben stirbt nicht. Formen werden geboren und Formen sterben. Das Leben wird nicht geboren und das Leben stirbt nicht. Das Leben bleibt immer da. Es ist immer da. Das Leben war da und ist da, bevor der Dirk kam und das Leben war und ist da, wenn der Dirk wieder weggegangen ist. Das Leben bleibt. Das ist der Trost. Wenn der Körper stirbt, ist das Leben immer noch da. Das ist gar kein Tod. Es gibt kein Tod. Nur den Tod maximal dieser Form. Das Leben ist da. Es beseelt den ganzen Körper und wenn der Körper weg ist, ist das Leben immer noch da. Finde das selbst raus. Mach nochmal diese gedankliche Übung mit. Ich habe dies, ich habe das, was ich eingangs sagte und finde heraus, dass du da keinen Fehler drin finden kannst. Und dann wundere dich und dann sei getrost. Du bist unsterblich, egal was dir geschieht und deswegen ist klare Spiritualität sehr hilfreich und ein großer Trost. Es kann dir sehr viel Trost spenden. Eigentlich den einzigen, den es wirklich gibt, dass du weißt, dass du das ewige, eine Leben bist.